Und wenn ich auf der anderen Seite bei elastischer Reaktion den Preis erhöhe, habe ich einen starken Mengenrückgang. Die Nachfrage-Seite reagiert elastisch, ein starker Mengenrückgang. Und wie wirkt sich das aus auf den Umsatz? Wir haben eine Umsatzsenkung, ganz genau. Der Umsatz sinkt. So, was heißt das? Das heißt, dass ich bei elastischer Reaktion meinen Umsatz steigern kann, indem ich den Preis senke. Das versuchen Sie mal in die Köpfe mancher Leute reinzukriegen. Da heuert Sie jemand an als Unternehmensberater, der sagt, ich habe hier Probleme in meinem kleinen Handwerksbetrieb und überhaupt, ich komme da nicht so recht und mein Umsatz ist zu gering und kannst du nicht was machen. Und dann schauen Sie sich das so an, analysieren so ein bisschen und dann sagen Sie, pass mal auf, senkt doch den Preis. Da springt er hin und dann die Kehle. Sagt er immer, ich will doch mehr Umsatz, nicht weniger. Ja, pass auf. Das ist eine elastische Reaktion. Sagt er, hä? Elastische Reaktion, was ist das denn? Also das muss in die Köpfe mancher Leute erstmal rein. Umsatz ist Preis-Mahl-Menge. Mal-Menge, dieses Mal haben manche Leute nicht verstanden. Die Dynamik von Mal. Ich gehe mit dem Preis etwas unter, ich habe einen überkompensierenden Mengenzuwachs und damit eine Umsatzsteigerung. Unter der Prämisse, dass ich die Nachfrageseite richtig eingeschätzt habe, dass die Reaktion in der Tat elastisch ist. Das ist die entscheidende Prämisse. Wie lese ich das Problem in der Praxis? Ich teste. Ich teste. Never guess, ever test. Ich teste. Wie mache ich das? Ich nehme so einen kleinen Ausschnitt aus meiner Zielgruppe, sende denen ein zeitlich befristetes Sondereingebaut. Und gucke mal, wie die reagieren da drauf. Und dann kann ich mit einer zufriedenstellenden Genauigkeit diese Stichprobe hochrechnen auf die Grundgesamtheit. Das ist keine so große Kunst. Ja, ich muss schauen, dass die Stichprobe repräsentativ ist. Wir haben das besprochen. Und dann rechne ich das hoch auf die Grundgesamtheit, also auf die gesamte Zielgruppe. Und dann weiß ich, ob die Reaktion elastisch ist oder unelastisch. Die Reaktion ist dann elastisch, wenn viele das Produkt haben wollen, aber aufgrund des Preises nicht kaufen. Dann kann ich eine elastische Reaktion unterstellen. Und dann kann ich in der Tat durch Preissenkung den Umsatz erhöhen. Hallo, ich bin Robin Goode, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video. Und dann kann ich das mit den Linken nach dem Linken auf die Grundgesamtheit.